Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Heute singen wir mit dem Männerquartett Erfurt Maria durch ein Dornwald ging. Singen Sie mit. Wer hat den Sieben ja kein Abgetragen, Jesus und Maria. Warst du, Maria, unter ihrem Herzen, Kyrie eleison? Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen, Jesus und Maria. Da haben die Dornen Rosen getragen, Kyrie eleison. Als das Kindlein durch den Wald getragen, da haben die Dornen Rosen getragen, Jesus und Maria.